Der will was verändern. Change heißt ja Veränderung. Erstmal sollte man wahrscheinlich gute Ideen haben, nicht? Ich würde denken, dass der erstmal eine Analyse macht, was Städte heutzutage ausmacht, wie die Bedürfnisse sind. Der Sinn und Zweck vermutlich ist, zu gucken, dass die Stadt für die Menschen gut ist und nicht nur für irgendwelche Investoren oder so. Das würde ich jetzt denken. Ich hoffe, eine humane und umweltfreundliche Stadtpolitik. Bessere Luft, würde ich mir wünschen. Der sollte sich für den öffentlichen Raum einsetzen, so wie wir, dass der möglichst von vielen verschiedenen Leuten genutzt werden kann. Raum schaffen für kreatives Zusammensein ohne viele Regeln vielleicht. Meine Stadt ohne Auto, sauber und grün. Zum Beispiel, dass man sicherer mit den Fahrrädern unterwegs sein kann, dass die Kinder sich besser entfalten können in den Städten. Besseres Miteinander. Besseres Miteinander. Besseres Miteinander. Vielen Dank.